Willkommen zum Urgeschmack-Podcast mit dem Weg zu einem gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olschewski. Abnehmen bedeutet keinen Verzicht. Es bedeutet sicherlich auch nicht, dass du jeden Tag zwei Liter aus dem Schroladenbrunnen trinken solltest. Und es bedeutet garantiert nicht, dass du hinterher, wenn du Erfolg hattest, weniger miesepetrig durch den Alltag gehst und die Welt für alles Schlechte in deinem Leben verantwortlich machst, während du bei Regen im Rinnstein spazieren gehst. Nur eben mit ein paar Kilo weniger auf den Rippen. Abnehmen ist kein Verzicht, sondern Überfluss und Zugewinn, Bereicherung. In der heutigen Episode gebe ich dir wichtige Tipps für deinen Umgang mit und deine Sicht auf das Abnehmen, die dir auf deinem Weg zur Wunschfigur helfen werden. Dabei streife ich eine ganze Reihe von Gewohnheiten aus meinem Buch Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Darunter Gewohnheiten Nummer 2 und 4, Nummer 39, 47, 67 und 73 sowie 125 und 126. Aber das ganze Zahlengewirr ist jetzt gerade gar nicht wichtig. Denn heute konzentriere ich mich nur auf eine Gewohnheit, Nummer 52, mit dem Titel Verringern statt Verzichten. Das macht auch diese Episode zu einem Teil meiner Serie, die ich allein diesem Buch gewidmet habe. Und heute beantworte ich folgende Fragen. Unter anderem Abnehmen ist kein Verzicht, sondern Zugewinn. Abnehmen bedeutet kein Verzicht. Disziplin, ja. Und was ist Disziplin? Disziplin ist Freiheit. Freiheit, deine Ziele zu erreichen und im Rahmen deines Lebens alles tun zu können, was du möchtest. Disziplin bedeutet meist, heute einem hedonistischen Impuls, also Schokoladenkuchen, Zocken, Rumgammeln, also kurzfristiger Befriedigung zu widerstehen, damit du in Zukunft etwas bekommst, was du möchtest. Zum Beispiel Heute beim Sport anstrengen, damit du morgen fit bist. Oder fit her. Nach der Schule nicht Fortnite zocken, sondern Hausaufgaben machen, damit du später Zeit und Ruhe für dich hast. Heute gesund ernähren, damit du morgen gesund bist. Also ist das Gegenteil der Fall. Abnehmen ist kein Verzicht, sondern eine Bereicherung. Abnehmen, das Herstellen eines gesunden Körpergewichts sowie der Abbau überschüssigen, meist chronisch entzündeten Fettgewebes, ist das Herstellen von Gesundheit. Und das Herstellen von Gesundheit, Salutogenese, kann kein Verlust oder Verzicht sein, sondern es ist ein Zugewinn. Erlange das Gefühl des Zugewinns durch Abnehmen. Betrachte also Abnehmen als das, was es ist. Eine Investition. Eine Investition in dich selbst, in deine Zukunft, deine Zufriedenheit und besonders in deine Gesundheit. Und die Erträge dieser Investition fallen übrigens nicht unter die Kapitalertragssteuer, zumindest noch nicht. Den Lohn, die Dividende für diese Investition, erntest du jeden Tag durch ein besseres Lebensgefühl und mehr Freude. Freude daran, dass du deinem Ziel näher kommst und dass du kein Opfer deiner niederen Triebe bist. Du hast dein Leben im Griff. Du gewinnst Selbstachtung, das ist Gewohnheit Nummer zwei, und übernimmst die Verantwortung für deine Gesundheit, das ist Gewohnheit Nummer vier. Ein Problem am Abnehmen könnte schon im Begriff liegen. Abnehmen erinnert vielleicht an Abziehen, Subtrahieren, Abstriche machen, weniger haben, Absteigen, Abschmieren. Und natürlich ist der Begriff noch immer fest verknüpft mit der Vorstellung von weniger Essen und von der Kalorienbilanz. Unfug, auf den ich später noch eingehen werde. Beim Abnehmen wirst du allerdings nicht weniger. Du wandelst nur um. Du verwandelst Fett in Muskeln, Fett in Energie, Fett in Gesundheit und Fett in Zufriedenheit. Und diese Verwandlung hat einen Preis, ja. Aber alles hat seinen Preis. Auch dick sein hat einen Preis. Und zu diesem Satz komme ich immer wieder zurück. Eine unangenehme Situation schmerzt. Aber auch Veränderung schmerzt. Du hast lediglich die Wahl zwischen Schmerz A und Schmerz B. Deinen Schwabbelbauch ertragen oder die Disziplin zum Waschbrettbauch ertragen. Allerdings ist Schmerz A, in diesem Fall Übergewicht, dein Verbleib in der Krankheit und immer mehr Folgeerkrankungen. Wohingegen Schmerz B dich in die Gesundheit und ein besseres Leben führt. Sie ist so. Übergewicht ist eine Krankheit. Eine Erkrankung des Stoffwechsels. Abnehmen ist gesund werden und gesund sein ist das Wichtigste. Wir alle haben tausend Probleme. Außer, wenn wir krank werden. Dann haben wir noch eins. Wer krank ist, kann das Leben nicht in vollen Zügen genießen, sein Potenzial nicht voll ausschöpfen und nur begrenzt für seine Lieben da sein. Und wer richtig krank ist, begreift schnell, dass die für Abnehmen und Gesundheit nötige Disziplin nur ein Hasenfurz ist im Vergleich zum Leid des Krankseins. Übergewicht und die damit meist einhergehenden stillen chronischen Entzündungen und Krankheiten haben einen hohen Preis. Gesundheit bekommt man im Vergleich dazu günstig. Man benötigt nur ein paar Gewohnheiten gesunden Lebenswandels. Hungern gehört nicht dazu. Zum Abnehmen ist Hungern nicht nötig. Abnehmen verbinden viele Menschen mit Verlust, Verzicht und Entsagung sowie mit dem Aufgeben jeglicher Lebensfreude. Alles wird dunkel, grau, düster, feucht und unangenehm. In dieser Vorstellung. Sie verbinden es auch mit Hungern. Doch Hungern ist nicht nötig zum Abnehmen und steht dem Fettabbau oft sogar im Weg. Zum Beispiel dann, wenn man so wenig isst, dass der Körper aus Sparflamme schaltet und entsprechend weniger Energie verbraucht. Mehr noch, wer sich nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt, kann nicht gesund werden und bleiben. Wenn du Abnehmen mit gesund werden gleichsetzt, kann also Nährstoffmangel deinem Zweck nicht dienen. Zum Abnehmen ist das Gefühl des Hungerns nicht nötig. Vielmehr wählt man seine Lebensmittel so, dass man stets satt und gut mit Mikronährstoffen versorgt ist. Und was ist mit der Kalorienbilanz? Den Gedanken der Kalorienbilanz leitet man ab aus dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist Energieerhaltung und sowas. Die Lebensmittelindustrie liebt diesen Satz, weil sie dir damit weismachen kann, du müsstest einfach nur weniger Energie zu dir nehmen, als du verbrauchst, damit du abnimmst. Und damit wollen die Unternehmen dir weismachen, es sei völlig egal, was du isst. Solange die Summe der Kalorien auf den Verpackungen des Gifts, das sie dir als Lebensmittel verkauft, deinen Verbrauch nicht übersteigt, sei alles bestens. Und am besagten ersten Hauptsatz der Thermodynamik, dem Prinzip des Energieerhalts, ist auch mit Stand 2024 nicht zu rütteln. Das ist auch gut so, sonst käme ja alles durcheinander. Besonders meine Frisur. Da Kalorien eine Maßeinheit für Energie sind, gilt der Satz auch dort. Allerdings, erstens, kein Mensch isst Kalorien. Sie essen Lebensmittel und darin enthalten sind Nährstoffe. Und zweitens, der Mensch isst kein Kalorimeter und er isst auch kein Hochofen. Menschen verbrennen keine Nährstoffe und sie wandeln sie auch nicht einfach so in Energie um. Die Kalorienzahl auf den Lebensmitteln hat also überhaupt keine Bedeutung fürs Abnehmen, sondern es ist ein Ablenkungsmanöver. Denn solange du dich auf die Kalorien konzentrierst, einen Wert, der in deinem Körper gar keine Anwendung findet, übersiehst du all den Dreck, der in den Zutatenlisten des Gifts deiner Wahl steht. Zucker, Glucose, Fructose, Sirup, Sucrose, Agavendicksaft, Kokosblütenzucker und natürlich Emulgatoren, Konservierungsstoffe und Farbstoffe und so weiter. Stoffe, die direkt beeinflussen, was dein Körper mit den Nährstoffen macht, nachdem du sie in den Mund steckst. Stoffe zum Beispiel, die deine Hormonspiegel verändern, deinem Gehirn vorgaukeln, du hättest Hunger oder würdest bereits hungern und er müsse unbedingt Fettreserven anlegen, ganz gleich, ob du bereits reichlich davon hast oder nicht. Und diese große Kalorienlüge erzeugt Leid und Profit auf der ganzen Welt, ganz ohne Kriege und Blutvergießen. Menschen bringen sich selbst um aus Verzweiflung, weil sie trotz beachtender Kalorienbilanz einfach nicht abnehmen. Das Thema geht in die Tiefe und Breite und bewegt mich als Gesundheitscoach sehr, weswegen ich ihm in Kürze eine ganze eigene Episode widmen werde. Hier nur in aller Kürze. Es spielt sehr wohl eine Rolle, welche Art Energiequelle du dir einverleibst. Protein verstoffwechselt deinen Körper anders als Kohlenhydrate und Fett. Und auch Fette muss man differenzieren. Einige Fette setzt der Körper direkt ein als Baustoffe und die stehen dann als Energie nicht mehr zur Verfügung. Und isst du Protein, kann dein Körper das unter den richtigen Umständen auch direkt als Baustoff verwenden, zum Beispiel für Muskelmasse. Und auch dann steht es nicht mehr zur Verfügung als Energie und kann dich nicht dick machen oder anders versorgen. Es kommt also nicht so sehr darauf an, wie viel du isst, sondern vielmehr darauf, was du isst. Wenn du die richtigen Lebensmittel zu dir nimmst, kannst du dich jederzeit satt essen und trotzdem abnehmen, ohne zu hungern. Und wenn du es richtig anstellst, wirst du gar nicht wissen, wie du mit dem Essen hinterherkommen sollst. Mit anderen Worten, die Qualität ist wichtiger als die Quantität. Aber auch dieser Fokus auf die Qualität der Lebensmittel bedeutet ja keinen Verzicht. Zum Abnehmen kann man weiterhin essen, was man mag. Nur unter Umständen weniger. Das hängt allein davon ab, was du magst und was du nicht magst. Von deinem Geschmack. Und dazu komme ich gleich. Der Weg, wie du einen gesunden Lebenswandel entwickelst und beibehältst. Das Buch mit über 150 Gewohnheiten aus den Bereichen Zielsetzung, Ernährung, Bewegung, Schlafhygiene, Geisteshaltung und Beziehungen für einen gesunden Lebenswandel. Gewohnheit Nummer 52 lautet verringern statt verzichten. Du kannst weiterhin deine geliebten Nahrungsmittel essen. Nur eben weniger. Wenn dir der Verzicht auf Süßkram schwerfällt, dann bedenke, die ersten zwei Bissen sind die besten. Dieser Effekt nennt sich sensorspezifische Sättigung. Und er sorgt dafür, dass uns Dinge zu den Ohren rauskommen, wenn wir zu viel davon essen. Und dafür, dass meist schon ein oder zwei Bissen genügen, wenn man ein Verlangen befriedigen möchte. Das setzt voraus, dass man die geöffnete Tafel Schokolade nicht direkt aus Gewohnheit als Ganzes inhaliert, sondern man bricht sich ein Stück ab und räumt den Rest schnell weg und versteckt ihn am besten vor sich selbst. Das ist Gewohnheit Nummer 39. Erleichtere den Verzicht. Und dann beißt man ein wenig vom Stück ab und schmeckt aufmerksam. Wenn man Süßkram hinter sich lassen will, dann muss man nicht gleich auf alles verzichten. Viel weniger Süßkram zu essen, ist schon ein sehr guter Anfang. Auch wenn gerade das oft schwieriger ist, als einfach ganz zu verzichten, was speziell beim Zucker daran liegt, dass man nun mal eine süchtig machende Droge ist. Wenn du die Gewohnheiten Nummer 1, Selbsterkenntnis, und Nummer 2, Selbstachtung, angeeignet hast, dann weißt du, du bist kein Opfer deiner Umstände. Das heißt auch, du bist kein Opfer deines Geschmackssinns. Das ist Gewohnheit Nummer 47. Mach dich nicht zum Opfer deines Geschmacks. Wir essen überwiegend, was wir mögen. Bevor man ändern kann, was man isst, muss man ändern, was man mag. Gesunde Ernährung ist einfach, wenn du gesundes Essen magst. Und was du magst, kannst du selbst entscheiden. Du musst es wollen. Man wird nie neue Dinge mögen, wenn man sie nicht ausprobiert. Du bist deinen Kindheitserinnerungen nicht ausgeliefert. Aus Feinden können Freunde werden. Auch dein engster Freund war mal ein Fremder. Du hast diesen Menschen langsam kennen und schätzen gelernt. Genauso können auch Fremde und sogar zuvor ungeliebte Lebensmittel neue Leibspeisen werden. Einige Lebensmittel sind unumgänglich für deine Gesundheit. Nicht alles, was du isst, muss eine Leibspeise sein. Allerdings wird dein Leibgericht umso köstlicher, wenn du regelmäßig auch Dinge isst, die deine Geschmacksnerven nicht so verzücken. Mag ich nicht so gern, ist nun mal kein Argument. Konzentriere dich nicht auf Aussehen und Geschmack der Lebensmittel, sondern beobachte deine Reaktion auf diesen Geschmack. Du kannst den Geschmack roter Beete nicht ändern, wohl aber deine Reaktion darauf. Übe Akzeptanz. Du musst nicht alles mögen. Niemand ist ein echter Omnivore, ein Allesfresser. Man kann einige Dinge einfach abstoßend finden. Probleme bekommst du erst und dann besonders, wenn du gar kein Gemüse magst zum Beispiel. Das ist dann wohlgemerkt allein dein Problem und du kannst es ändern, wenn du wirklich willst. Und lass dir nicht einreden, gesundes Essen schmecke nicht. Du kannst und darfst Brokkoli wirklich lieber mögen als Fritten. Und wenn du wirklich gar keinen Weg findest, dir etwas Köstlicheres als Pizza vorzustellen, dann überdenke deine Sichtweise des Hauptgerichts. Iss anstelle eines großen Stücks Pizza mit einem kleinen Salat künftig einen großen Salat mit einem kleinen Stück Pizza. Es bleibt weiter eine köstliche Mahlzeit für dich. Du bekommst deine geliebte Pizza und einen Haufen frischer Nährstoffe durch den Salat. Das bedeutet, zum Abnehmen musst du vielleicht ein paar Dinge essen, die du noch nicht so gerne magst. Doch diese Dinge kannst du lieben lernen. Weil sie dir die Freiheit schenken, deine Ziele zu erreichen. Du kannst auch weiter Schweinkram essen. Je mehr du davon isst, desto mehr erschwerst du dir das Abnehmen und damit den Weg zur Gesundheit. Und auch auf Fleisch musst du zum Abnehmen nicht verzichten. Das nur am Rande. Das ist im Gegenteil übrigens. Gewohnheit Nummer 26. Iss Protein. Protein ist lebenswichtig. Doch beachte die Proteinqualität. Das ist Gewohnheit Nummer 27. Wenn du deine Ernährung umstellst, liegt vor dir eine Reise voller spannender Abenteuer. Du wirst unzählige neue, köstliche Speisen entdecken und vielleicht sogar eigene erfinden, die dir sowohl schmecken als auch gleichzeitig deinem Körper und deiner Gesundheit dienen. Mehr zu gewinnen beim Abnehmen. Herrschaft über dein Körpergewicht. Zum Abnehmen, also zum Gesundwerden, ist Bewegung unumgänglich. Du kannst natürlich auch ohne mehr Bewegung abnehmen, aber du kannst ohne Bewegung nicht gesund leben. Nur regelmäßige Bewegung und Anstrengung hält die Systeme in deinem Körper gesund. Zugleich erleichtert ein gesunder Körper das Beibehalten eines gesunden Körpergewichts. So gewinnst du die Kontrolle über deinen Körper und sein Gewicht. Also wieder ein Zugewinn. Und zwar doppelt, denn Gewohnheit Nummer 67 lautet, werde Herr deines Körpergewichts. Gemeint sind damit Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Wenn du Liegestütz, Kniebeugen und Co. übst, dann kannst du dein eigenes Körpergewicht kompetent bewegen. Bist also Herr über deinen Körper und hast die Kontrolle. Und das Gefühl von Kontrolle über dein Leben wiederum schenkt dir Zufriedenheit und die macht dich weniger anfällig für Heißhungerattacken und Stressoren, die andernfalls dein Hormongleichgewicht gefährden. Und wenn du dann Blut leckst, Gewohnheit Nummer 73, und größte Freude aus deinem Sport ziehst, dann wirst du unaufhaltsam. Noch mehr Gewinn durch Abnehmen. Schlaf. Zur Gesundheit, wie auch zum Abnehmen, ist ausreichend guter Schlaf unabdingbar. Richtig gehört, wie viel und wie gut du pennst, beeinflusst maßgeblich deine Hormonspiegel. Und die wiederum entscheiden darüber, ob du ab- oder zunimmst, ob du gesund bleibst oder erkrankst. Wenn du also noch eine Entschuldigung benötigst, warum du jede Nacht sieben bis neun Stunden schlafen solltest, Gewohnheit Nummer 125, und zwar absolut regelmäßig jede Nacht, Gewohnheit Nummer 126, dann hast du sie spätestens jetzt. Was für ein Gewinn. Schlaf und Erholung. Mehr Zeit im Spider-Man-Schlafanzug. Wie kann man da noch an Verzicht denken? Zusammenfassung. Abnehmen ist das Herstellen von Gesundheit. Das ist kein Verzicht, sondern dein Gewinn. Und wenn du hungerst, versorgst du dich nicht ausreichend mit Nährstoffen. Das ist ungesund und kann kein Teil des Abnehmens, des Herstellens von Gesundheit sein. Durch starkes Hungern reduziert dein Körper außerdem Energieverbrauch und Verfügbarkeit. Vielmehr musst du dich zum Herstellen von Gesundheit, also auch zum Abnehmen, reichlich mit wertvollen Nährstoffen versorgen. Das ist dein Gewinn. Zum Abnehmen kannst du weiter essen, was du magst, nur unter Umständen weniger davon. Hinzu kommt eine Vielzahl Lebensmittel höchster Qualität, darunter Proteinquellen wie Fleisch, Fisch und Eier. Das ist dein Zugewinn. Nutzt du Bewegung und Anstrengung zum Abnehmen, förderst du damit ebenfalls deine Gesundheit und Fitness. Das ist dein Gewinn. Kein Verzicht. Schlaf ist wichtig zum Abnehmen und für die Gesundheit. Die meisten Menschen schlafen zu wenig und zu schlecht. Mehr guter Schlaf ist dein Gewinn. Abnehmen bedeutet tatsächlich doch Verzicht. Ja, Verzicht auf Dicksein, Krankheit und Jammern. Ansonsten ist Abnehmen beinahe endloser Zugewinn. Abnehmen ist Bereicherung. Du kannst das. Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr über dieses Thema erfahren möchtet, findet ihr einen Link zum ausführlichen und ihr Interesse an einem gesunden Lebenswandel.